Hallo, unser Wellness-Resort Tep Tientong, auf Deutsch zur goldenen Kerze, bietet anspruchsvollen Individualtouristen das exklusive Urlaubserlebnis abseits der überfüllten Touristenzentren. Lernen Sie Thailand kennen, so wie es wirklich ist. Land und Leute, absolut liebens- und erlebenswert. Denn nicht umsonst nennt man Thailand das Land des Lächelns. Es war nie eine Kolonie, sodass sich die Menschen ihre Ursprünglichkeit bewahren konnten, welche teilweise in den Touristengebieten verloren gegangen ist. Unser Resort liegt nahe dem Naturpark Pantai, der zum bekannten Hatjai-Naturpark gehört. Und der romantische Stausee hat schon Tawand, dessen Schirmherrin die Königin Sirikit selbst ist, ladet sie zum Baden, Schwimmen oder einer Bootsfahrt in den nahen Naturpark auf der gegenüberliegenden Seite ein. Genießen Sie eine außergewöhnliche Landschaft, exotische und romantische Märkte mit zum Teil ungewöhnlichen Produkten. Alleine eine Banane, wirklich frisch gepflückt, ist eine Reise nach Thailand wert. Und dieser Geschmack ist unübertroffen. Lassen Sie sich von Kun Maiken und Kun Panom verwöhnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.